Den Interstuhl Joyce Bürostuhl gibt es in sage und schreibe über 30 verschiedenen Varianten. Da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Wir erklären euch in diesem Video, was den Interstuhl Joyce auszeichnet und welche Variante für euch die richtige ist. Herzlich willkommen bei Chergo. Wir sind die Bewegtsitzer, euer Fachhändler für ergonomische Büromöbel. Interstuhl Joyce ist mehr als nur ein ergonomischer Bürostuhl. Es ist eine ganze Bürostuhlserie, die zu 100% für den Business-Einsatz konzipiert wurde. Das merkt ihr schon an der schier endlosen Menge an möglichen Varianten. Unterschiedliche Rückenlehnenarten und Höhen, verschiedene Sitzmechaniken, eine riesige Auswahl an Ausstattungen, Bezugsstoffen und Farben. Das alles ist notwendig, um die individuellen Ansprüche von Firmenkunden und ihren Mitarbeitenden zu erfüllen. Führt aber auch dazu, dass die Auswahl alles andere als einfach wird. Ich führe euch heute Schritt für Schritt durch die verschiedenen Varianten des Joyce und gebe euch jeweils Tipps, für wen welche Option die richtige ist. Eins noch vorneweg, es gibt drei wichtige Eigenschaften, die wirklich alle Joyce-Modelle gemeinsam haben. Erstens wird der Joyce zu 100% in Deutschland, genauer gesagt im schwäbischen Messstätten gefertigt. Zweitens bekommt ihr bei ihm, wie übrigens bei allen Interstuhl-Modellen, 10 Jahre Herstellergarantie. Und drittens ist jeder Joyce auf Sicherheit und Umweltfreundlichkeit geprüft und national sowie international zertifiziert. Wenn euch und eurer Firma Nachhaltigkeit wichtig ist, seid ihr beim Joyce daher absolut richtig. Starten wir aber jetzt mit den verschiedenen Varianten des Interstuhl-Joyce und als erstes gleich mit der wichtigsten ergonomischen Ausstattung, der Sitzmechanik. Die sorgt nämlich dafür, dass ein Stuhl überhaupt beweglich wird und somit ergonomisches Sitzen ermöglicht. Die gute Nachricht vorneweg, ihr könnt hier bei der Auswahl nichts falsch machen. Der Joyce ist immer mit einer hervorragenden Synchronmechanik ausgestattet. Die sorgt dafür, dass sich Rückenlehne und Sitzfläche beim Zurücklehnen mit euch nach hinten bewegen und zwar synchron im richtigen ergonomischen Verhältnis zueinander. Den Widerstand der Rückenlehne könnt ihr beim Joyce ganz einfach über ein Drehrad auf der rechten Seite in sieben Stufen auf euer Gewicht einstellen. Wenn ihr noch mehr gesunde Bewegungen beim Sitzen wollt, dann wählt ein Joyce-Modell mit der sogenannten Flex-Tick. Diese Mechanik funktioniert grundsätzlich wie die normale Synchronmechanik, bietet aber zusätzlich eine Bewegung zur Seite um bis zu 4 Grad. Somit kann sich das gesamte Stuhloberteil in alle drei Dimensionen bewegen. Mit dieser Mechanik bewegt ihr euch ganz automatisch mehr beim Sitzen. Das beugt Verspannungen, Müdigkeit und Schmerzen vor und stärkt gleichzeitig eure Wirbelsäulenmuskulatur. Wir als Bewegtsitzer können euch deswegen diese Mechanik nur wärmstens ans Herz legen. Den Joyce gibt es mit einer mittelhohen Rückenlehne und einer hohen Rückenlehne. Die hohe Rückenlehne kann dann zusätzlich noch mit einer Kopfstütze ausgestattet werden. Die genauen Daten zu den Rückenlehnenhöhen findet ihr, wie immer, bei den einzelnen Modellen in unserem Online-Shop. Den Link dazu unter dem Video. Welche Variante ist jetzt aber die richtige für euch? In den allermeisten Fällen reicht aus ergonomischer Sicht die mittelhohe Rückenlehne völlig aus. Euer Rücken hat beim Anlehnen nur bis zu den Schulterblättern Kontakt mit der Lehne und nur bis dahin muss sie auch reichen. Daher brauchen nur wirklich große Menschen ab ca. 1,90 die hohe Rückenlehne. Aus Designgründen wählen viele unserer Kunden aber trotzdem die hohe Variante. Wie die meisten Büroschüle sieht auch der Joyce mit höherem Rücken einfach besser aus. Die Kopfstütze des Joyce lässt sich zwar in der Höhe verstellen, unterstützt euch aber bei normaler Bildschirmarbeit nicht. Ihr könnt sie nur nutzen, wenn ihr euch wirklich komplett nach hinten lehnt. Also beim Telefonieren oder wenn ihr mal zwischendurch ein kleines Nickerchen machen wollt. Dafür ist sie hervorragend geeignet. Für normale Arbeiten braucht ihr sie aus ergonomischer Sicht aber nicht. Jetzt kommen wir zum interessantesten Bestandteil des Joyce, seiner Rückenlehne. Warum ist sie interessant? Zum einen, weil es fünf verschiedene Rückenlehnenarten mit unterschiedlichen Eigenschaften für den Joyce gibt. Und zum anderen, weil sich darunter mit dem sogenannten Flexgrid ein echtes ergonomisches Highlight versteckt. Starten möchte ich aber zunächst mit dem klassischen Polsterrücken. In dieser Variante bekommt ihr beim Joyce ein schwebendes Rückenpolster. Das bedeutet, ihr könnt den Rücken in der Höhe um 6 cm verstellen. Damit ist der Polsterrücken die einzige Variante beim Joyce, die das ermöglicht. Außerdem ist der gepolsterte Rücken auch sehr komfortabel und bietet eine sehr gute Rückenunterstützung. Sie ist allerdings auch die Rückenvariante mit der geringsten Belüftung. Bei heißen Temperaturen im Büro kann das auch mal unangenehm werden. Der Joyce mit Netzrücken ist genau das Gegenteil. Er bietet die intensivste Belüftung am Rücken, unterstützt aber nicht ganz so gut wie die Polstervariante. Und kann in kalten Büros problematisch werden. Jetzt gibt es verständlicherweise oft den Wunsch nach einem Mittelweg oder einer Kombination aus den beiden Varianten. Interstuhl hat diesen Wunsch erhört und für den Joyce eine geniale Alternative zu Polster und Netz entwickelt. Den sogenannten Softback. Hierbei werden durch ein dreidimensionales Strickwebe die beiden Vorteile Belüftung und Komfort miteinander vereinigt. Also das Beste aus beiden Welten. Zumindest fast. Denn jetzt kommen wir endlich zu dem angesprochenen Highlight. Dem Flexgrid. Dieses von der Natur inspirierte Gitter kann mit dem Netzrücken oder dem Softback des Joyce kombiniert werden. Es sieht nicht nur fantastisch aus und macht den Joyce optisch wirklich einzigartig. Es bringt vor allem eine herausragende ergonomische Unterstützung für euren Rücken mit. Ihr könnt es Flexgrid sowohl in der Höhe verstellen, als auch die Spannung per Drehrad an eure Anforderungen anpassen. Ich saß selbst die letzten Wochen auf diesem Joyce mit der Kombination aus Softback und Flexgrid. Und war wirklich äußerst begeistert vom Sitzkomfort. Es gibt allerdings auch einen kleinen Nachteil, den ich nicht unter den Tisch kehren möchte. Das Reinigen des Gitters ist doch etwas aufwendiger als bei den anderen Rückenvarianten. Das machen aber Optik und die ergonomische Unterstützung auf jeden Fall wieder wett. Das waren die großen Unterschiede bei den Varianten des Interstool Joyce. Wenn ihr jetzt wisst, welche davon die richtige für euch oder eure Firma ist, dann habe ich jetzt noch ein paar Tipps zur sonstigen Ausstattung. Ihr könnt den Joyce in bis zu 15 verschiedenen Bezugstoffen und die wiederum in bis zu 14 unterschiedlichen Farben bestellen. Somit könnt ihr den Stuhl ganz exakt an eure Wünsche und das Corporate Design eurer Firma anpassen. Eine Übersicht über die aktuellen Farben findet ihr bei uns im Shop direkt bei jedem Artikel. Die Kunststoffteile für den Rückenrahmen sowie das Fußkreuz könnt ihr entweder in klassischem Schwarz oder hellem Grau bekommen. Das Fußkreuz gibt es zudem auch noch in einer alupolierten Variante. Neben der normalen Sitzhöhe gibt es für den Joyce auch eine besonders niedrige ab 40 cm und eine extra hohe bis 58 cm. Dadurch ist der Joyce für so gut wie jede Person in jeder Größe geeignet. Mehr über die richtige ergonomische Sitzhöhe und wie ihr sie messt, erfahrt ihr in diesem Video hier. Bei der ergonomischen Ausstattung habt ihr die Auswahl aus verstellbarer Sitztiefe und einer einstellbaren Sitzneigung. Beides auf jeden Fall empfehlenswert. Außerdem gibt es bei den meisten Varianten eine optionale Lordosenstütze für mehr Unterstützung im Lendenwirbelbereich. Bei den Modellen mit Flexgrid gibt es diese nicht, weil sie hier schon im Gitter integriert ist. Zu guter Letzt noch die Armlehnen. Die gibt es in 2D verstellbar in Höhe und Breite, in 3D zusätzlich verstellbar in der Tiefe, 4D zusätzlich schwenkbar und spezielle Autoflow-Armlehnen. Unsere Empfehlungen sind hier ganz klar die 4D-Armlehnen. Diese sind am flexibelsten auf alle Anforderungen einstellbar. Das waren tatsächlich alle Möglichkeiten, die ihr aktuell beim Interstuhl Joyce auswählen könnt. Einen Hinweis dazu möchte ich euch aber noch geben. Es gibt die meisten Joyce-Modelle auch in einer Express-Variante. Diese ist erheblich schneller lieferbar, hat aber ein paar Einschränkungen bei der Auswahl der Farbe und des Stoffs und der Ausstattung. Wenn euch das nicht stört, kommt ihr mit diesen Modellen aber deutlich schneller zu eurem Joyce. Zum Abschluss noch zwei Infos. Es gibt in der Joyce-Serie auch passende Freischwinger mit Polster-, Netz- oder Softbackrücken. Die eignen sich zum Beispiel perfekt als Besucherstühle in eurem Büro. Ganz neu ist auch noch die Joyce Interior Edition. Diese entspricht dem Joyce JC111, ist aber optisch mit weißem Rahmen und 12 pastelligen Farbtönen auf den Einsatz im wohnlichen Homeoffice abgestimmt. Außerdem bekommt ihr bei diesem Sondermodell eine ergonomische Komplettausstattung zusammen mit einer besonders kurzen Lieferzeit. Jetzt bin ich aber wirklich am Ende angekommen. Zusammengefasst kann ich aus voller Überzeugung sagen, wenn ihr einen vielseitigen, schicken und vor allem ergonomischen Bürostuhl für euer Business sucht, dann seid ihr beim Interstuhl Joyce definitiv richtig. Da ihr bis jetzt durchgehalten habt, wisst ihr nun wirklich alles, was es über den Joyce zu wissen gibt. Sollten doch noch Fragen offen sein, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Unsere Interstuhl-Produktexperten und ich werden sie so schnell wie möglich beantworten. Euch hat das Video gefallen? Dann lasst uns gerne einen Like da. Und wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks rund um die Themen Bürostühle, Büromöbel und Ergonomie haben möchtet, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert am besten gleich die Glocke. Bis zum nächsten Mal, euer Kai von Jergo.